Ja, gucken wir mal hier rein, was da so am Start ist. Da haben wir ein neues Package und einen neuen Emote. Das Hangtime-Package und der Korbleger. Ja, da schauen wir uns mal den Jäger an. Hier diese mega coole, ja, was ist es eigentlich? Das ist so ein Barbaren-Skin, ein Conan-Skin. Hier hinten, das sieht auch so mega geil aus bei dem Schild, diese ganze. Animationen da, Partikel und so. Ja, Jäger kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den Hammer cool. So, und da haben wir derzeit ein Voting von 3,88 von 5 bei 16 Votes. Am 18. Januar 2019 ist das erstmal dran gewesen. Viermal seitdem 14 Reminders. Ja, das letzte Mal im Shop am 19. März 2019. Für 1.500 V-Bucks der Jäger-Skin. Das ist die Raufbollin. Ja, halt ein ziemlich alter Skin. Marine, Mädel. Für 1.200 V-Bucks finde ich allerdings persönlich nicht so wirklich ansprechend. Und kriegt von mir deswegen auch nur 4 von 10. Das ist der Brawler. Brawler hat hier momentan ein Voting von 3,54 von 5 bei 28 Votes. Am 3. November 2017 ist das erstmal drin gewesen. 22 Mal seit dem 31 Reminders. Das letzte Mal am 10. Mai 2019 drin. Ja, für 1.200 V-Bucks die Raufbollin. Dann geht es weiter zu dem Hot Rod. Und irgendwie, muss ich sagen, finde ich den Hot Rod nicht so wirklich cool. Totenschädel da drauf. Finde den nicht so klasse. Deswegen von mir auch nur 3 von 10. Das ist halt ein klassischer Leiter. So, dann haben wir hier 2,36 von 5 bei 11 Votes. Am 8. November 2017 ist das erstmal drin gewesen. 21 Mal seit den 13 Reminders. Und das letzte Mal am 28. April 2019 drin gewesen. Für 500 V-Bucks der Hot Rod. Dann haben wir den Kassadjok. Kassadjok finde ich mega cool. Kassadjok kriegt von mir 10 von 10. Das ist der Squad Kick. Squad Kick hat hier momentan ein Voting von 4,53 von 5 bei 17 Votes. Am 28. April 2018 ist das erstmal drin gewesen. 16 Mal seit dem 74 Reminders. Ja, und das letzte Mal im Shop am 25. Januar 2019. Also schon knapp 4 Monate her. Für 800 V-Bucks der Kassadjok. Dann haben wir die Streitachs. Mega cool das Teil. Finde ich, sieht richtig geil aus. Kriegt von mir 10 von 10. Für 800 V-Bucks. Die Streitachs. Battleaxe. Hier haben wir ein Voting von 4,31 von 5 bei 16 Votes. Am 18. Januar 2019 ist das erstmal drin gewesen. Viermal seit dem 15 Reminders. Letztes Mal im Shop am 19. März 2019. Für 800 V-Bucks die Streitachs. Dann haben wir jetzt hier diesen neuen Korbleger. Ja, als Basketball-Fan finde ich richtig cool gemacht hier. Mega geil. Scotty Pippen-Style Korbleger. 200 V-Bucks. Würde ich mal sagen, ja, für 200 V-Bucks sieht das ganz nice aus. 800, äh, 8 von 10. Und Buckets hat hier 5 von 5 bei einem Vote nur. Naja. So, dann haben wir hier diese klassischen Dinge. Den Tomatenkopf. Tomato Head. So hat ein Tim the Ted lange gespielt hier. Ja, Tomato Head würde ich sagen, ist halt ein klassischer Cool Skin. Ich finde ihn grausamst. Teil kriegt von mir nach wie vor 4 von 10. Tomato Head, Hammer, Bewertung, ich weiß, 4,24 von 5 bei 7,8 Votes. Am 22. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 14 Mal seit dem 121 Reminders. Und das letzte Mal im Shop am 23. April 2019. Also vor genau einem Monat. Jo, dann haben wir die Exteroni, 800 V-Bucks. Das ist dieser Pizza Cutter hier. Finde ich, sie ist eigentlich ganz cool. Ganz cool gemacht, das Teil. Kriegt von mir 6 von 10, obwohl so dreckig aus. Ein Exteroni hat hier ein Voting von 3,7 von 5 bei 20 Votes. Am 22. April 2018 ist das Mal drin gewesen. 14 Mal seit dem 13 Reminders. Jo, das letzte Mal im Shop am 23. April 2019. Ja, da war wahrscheinlich das komplette Set dann drin. Also so wie jetzt auch. Dann haben wir hier diesen Nachtroller. Und es ist im Endeffekt die Exteroni eben mit zwei Klingen. Ich wüsste zwar nicht, in welchem Fall man eine Pizza oder irgendwas so schneiden sollte. Da bin ich mir jetzt gerade, also keine Ahnung, was da für ein Stück rauskommen soll. So ein Pizzastreifchen. Jo, Nachtroller für 800 V-Bucks. Ich finde das halt schon ganz schön heftig dafür. Aber gut, muss jeder selber wissen, kriegt deswegen auch von mir nur 6 von 10. Das ist der Night Slicer. Und der Night Slicer hat hier 3,88 von 5 bei 8 Votes. Am 15. November 2018 ist das Mal drin gewesen. Dreimal seit dem 11 Reminders. Jo, dann haben wir noch hier den Extra Käse. Den finde ich mega cool. Muss ich echt sagen. Hier aufgebläht. Da die Pizzakartons. Extra Cheese. Kriegt von mir 7 von 10. Und hat hier ein Voting von 4,25 von 5 bei 8 Votes. Jo, 20 Reminders. Dann sind wir, glaube ich, hier auch schon durch mit diesem Set. Dann geht es weiter zu der Dämonika. Und die Dämonika ist hammergeil. Muss ich echt sagen. Dämonika kriegt von mir 10 von 10. Das Teil ist einfach nur ein richtig heißes Gerät. Wow. Ja, das sieht man auch hier. Alter, was die da mit dem Schwänzchen wedelt. Ey, holy shit. Mega für 2000 Vibachs. Dämonika. Und das ist in Englisch die Malice. Und da gibt es 4,11 von 5 bei 7 und 5 Votes. Am 22. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Viermal seit dem 79 Reminders. Das letzte Mal gab es das Teil am 22. April 2019. Dann haben wir diesen Hitze. Oh, der Fodder. Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Auch das sieht richtig cool aus. Für 500 Vibachs. Auch das sieht richtig fett aus. Ja, mega. Richtig mega geil. Muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hammer. Hier auch diese Pistole. Und der Bogen. Hammerteil. Also gefällt mir super gut. Kriegt von mir 10 von 10 Hitze. Heat. Und hat hier ein Voting von 3,38. Von 5 bei 8 Votes. Ja gut, das sind halt 500 Vibachs. Gut. Am 22. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Zweimal seit dem 49 Reminders. So, dann haben wir hier die heiße Acke. Heiße Hacke für 1200 Vibachs. Mega geiles Teil. Habe ich mir selber auch geholt. Ja, sieht echt geil aus. Das Ding 10 von 10 für die heiße Hacke. Die Burning Eggs hat hier momentan ein Voting von 4,44 von 5 bei 18 Votes. Jo, 14 Reminders. Ja, dann sind wir hier auch schon durch bei diesem Set. Dann kommen wir zu dem Neuen. Der ist so geil. Wir fangen aber jetzt hier mit Klatsch erst mal an. Ja, die sieht echt nice aus. Sieht echt nice aus. Hübsches Ding, muss man sagen. Jordan. Das ist hinten drauf. Michael Jordan. Air Jordan. Teil des Hangtime-Sets. Passt, glaube ich, dann auch ganz gut. Ja, das Geile ist, du kriegst halt hier mehrere Styles dann gleich noch mit hinzu. Freischaltbare Stile. Ja, ich finde, die sieht nice aus und kriegt von mir auf jeden Fall 8 von 10, die Klatsch. Und hat hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 28 Votes. Ja, und dann haben wir hier den Grind. Der ist halt wirklich oberkrank. Auch hier hinten Jordan. Hangtime. Jordan Set. Also der Grind ist hardcore. Ja, mega übel. Ja, in Pink finde ich den jetzt nicht so wirklich schön. In Gelb ist es jetzt auch nicht so meiner. Und in Orange. Also ohne Scheiß. Ich glaube, diese Styles hätten sie sich sparen können, weil so, finde ich, sieht er einfach nur krank aus. Und so in diesem Style kriegt er auf jeden Fall von mir 10 von 10. Der Teil ist richtig crazy. Und dann gucken wir mal, wie sind da momentan die Noten für den Grind. Der Grind hat momentan 5 von 5 bei 2 Votes. Jo. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was, die Kommentare, abonniert den Kanal und schreibt es nächstes Mal da, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, die man gleich schaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.